hallo und herzlich willkommen zurück zu der space so dann lassen wir kommen allein hier und geht zum shuttle wir treffen uns dort hat sie gesagt denn sie will jetzt nämlich mit mir zur kolonie ja dann machen wir das so dann machen wir das so gegner gibt es irgendwie keine mehr hier das bin ich sehr sympathisch sich die nicole irgendwo gut das denn jetzt bitte oh scheiße ich habe keine munition mehr gehabt okay gut ja krieg ich irgendwas für euer ableben oder ich jetzt hier wieder leer aus na gut krieg ich halt nix okay ich habe es irgendwie weggeballert durch die energiekanone es kann auch sein dass es irgendwo hier in den weiten des areals hier sich befindet naja so ripper gibt es halt keinen peng schatz aber wir sind von ishimu herunter und werden mit der nicole uns jetzt bald wieder vereinen können du tust das richtige wir sind jetzt zusammen so wie es immer schon hätte sein sollen ich wusste du würdest zu mir zurück jetzt kann uns nichts mehr auffallen okay das kapitel beenden vorhin was war so unnötig ne naja gut also die beweggründe von der nicole die sind mir noch nicht so ganz klar äh warte mal wo habe ich denn jetzt gerade geschehen hier 10.12 ja logisch das überspeichere ich einfach gerade gut totraum also dead space ja das wäre so die freie übersetzung davon tot im all start verlangsamt schnelle objekte und feinde also die doppeldeutlichkeit des wortes ne totraum und tot im all weil space steht ja für beides steht nachkampf können sie feinde kanal was kann man mit feindern machen jo cool da sind wir jetzt wohl schon auf der kolonie ging ja schnell und dann was gibt es denn jetzt nicht mal erstmal sammeln was es hier so gibt ich muss mich erstmal akklimatisieren hier auf dem planeten und ich muss erstmal alles einsammeln ok hier ist anscheinend nix oh sonne wow ok ich denke mal der ziemlich warm der planet ich will nicht sagen heiß aber doch warm was gibt es hier auf jeden fall ist hier auch blut zu sehen und hier hängen leichen frage ist ob suizid war ob das jemand selbst gemacht hat was steht hier ich kann sich lesen was ist das das ist ein körper ohne kopf ja ok nachkommen über dem marker so 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 ist hier noch irgendwas gegner sind hier keine ich finde es mit der sonne so wie total cool hat was dann gehe ich erst mal 10 raum rein okay wir brauchen eine batterie die wir wahrscheinlich hier finden das noch was ok mache ich also hier sehen wir die batterie wir sehen ein paar kiss und wir sehen so ein schönes tier also nicht hier sondern ungeheuer was gleich hier reinkommen wird wahrscheinlich und versuchen wird hier aus ganz böse necromorphs zu herzustellen keine hat werkbank erst mal ich das vier jetzt platz das stört mich nämlich sehr es sind zwei hallo ich wollte dich treffen bist du tot schon tot echt wow krass cool schnell nein das war eigentlich falsch wollte eigentlich das hier nehmen und darauf ist einfach nichts gebracht also so wirklich gar nichts ja gut ist ja sonst irgend ne das nehmen wir schon mal mit das ding also ging das jetzt so leicht verstehe wer will hallo nein wo kommst du wo kommt das viel her wo kam das jetzt bitte her oder ist die leichte ne 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 egal auf jeden fall tot nur tote necromorphs sind gute necromorphs wobei necromorphs steht ja eigentlich irgendwie für tot egal gut ja da lang ich würde aber geste mal hier gerst mal ja genau gerst mal erst mal hier alles erkunden was nämlich da in diesem nein da in diesem raum ist das eine werkbank ich habe noch ein bisschen munition damit könnte ich über die runden kommen ist das may old man be with in you okay lass mich in dem raum hier okay impuls projektile zu spät jetzt bin ich schon hier okay dann werkbank job also irgendeine reihenfolge keine ahnung was sagt die munition also der ripper ist fast leer energiekanone und strahlenkanone sind quasi auch leer also eigentlich ist alles leer okay ähm ich guck mal was ich für möglichkeiten habe rick ist ja fertig komplett stars modul habe ich noch dauer könnte ich noch vervollständigen rick ist bis auf luft fertig ob wir luft noch brauchen weiß ich nicht mhm okay strahlenkanone bin ich fertig mit der kapazität energiekanone habe ich noch ein das ist perfekt ich schaue mich auch gerne noch erhöhen okay gut dann weiß ich was wir ungefähr ein knoten brauchen anzug maximum haben wir ja glaube ich schon also müssen dafür keine crates mehr ausgeben so also das bewegen wir rüber halbleiter diamant verkaufen sicher ja halbleiter gold verkaufen ja medipacks behalten wir so wie sie sind luft kann ist ja klein behalten wir aber ist ja nie für schlechte zeiten impuls projektile viel zu viele und zwar wir eventuell die kapazität erhöhen werden rippa klingen ich weiß nicht rippa ich weiß nicht so recht plasma cutter wäre vielleicht auch eine idee aber für welche waffe ist die frage aber wir sind ja ziemlich am ende ich denke mal das wird jedem klar sein also energiekanone ist klar die behalten wir das unsere beste waffe strahlenkanone muss gucken wie viele mutieren wir haben ich würde vielleicht die den plasma cutter stadt des rippers nehmen impuls projektile bringen sehr sehr viel gegen diese kackfächer mit dem orangenen sack wow also wir sind gut gerüstet ist nicht gut gerüstet ok nein ich wollte sich bewegen ich wollte einfach nur verkaufen danke ja ich weiß nicht ob wir die alle brauchen ich behalte die mal also verkaufen 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 den brauchen wir nicht verkaufen so strahlen und plasma behalten wir alles impuls projektile rippa klingen viel zu viele energie energiekanone gemäß so verschwenderisch mit oben weil das unsere beste waffe ist so ich würde sagen dass wir den plasma cutter mitnehmen und den rippa hier lassen ja ist das für euch ok gut der plasma cutter habe ich ja schon mal erwähnt eigentlich so die effektivste waffe obwohl da kann das nicht schaden wenn man den dann mitnimmt jetzt so gegen ende gut gut wir haben 93.000 geld das habe ich natürlich also crates habe ich natürlich keine knoten gekauft dies werde ich jetzt nachholen im shop im idealfall und zwar so 10 knoten gut also energiekanone fertig auftunen plasma cutter ist fast leer das ist sehr sehr gut ich frage rippa oder impuls gewehr ich weiß nicht so erstmal plasma cutter und zwar erstmal schadenkanone hier also erstmal das so also beste waffe des spiels aus meiner sicht komplett fertig impuls gewehr kann nicht schaden so dann plasma cutter auf jeden Fall die kapazität erhöhen im idealfall aber hier brauchen wir ja du es geht so oder so ist egal das ist völlig latte wie wir es machen wir gehen hier lang kapazität erhöht und auch noch den schaden und jetzt haben wir noch ein pünktchen übrig also ein knötchen und würden gummina haben wir ja schon mal getestet die ist ja jetzt nicht ganz so effektiv ich behalte einfach mal beide knoten ich behalte beide knoten und jetzt gucken wir mal also oh ist voll mit der munition ist auch voll ist auch voll ist jetzt voll so sieben schuss das ist alles was wir noch haben noch mal letztes mal gucken ob wir noch was haben im safe an 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 strahlen ja haben wir ja ich ein bisschen mit mit haushalten ist egal gut dann speichern ich bin ja hier erst mal hier falls die aufnahme nix geworden ist okay das war eigentlich total dumm jetzt ich hoffe die aufnahme ist was geworden weil sonst schreie ich einfach weil es einfach der falsche speicher slot jetzt war ich glaube den schrei werdet ihr bis dahin hören da wo ihr auch immer wohnen mögt keine ahnung so kommst du bitte hier rein dann zur 微 chung zu 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 So, weiter geht's in so eine Art Hangar. Oh, sehr nützlich, sehr praktisch. Ah, ich hätte die Dauer verbessern können, ich Idiot. Also egal. Okay, wir hören, dass hier irgendwas ist. Überall Zeichnung von Marke. Achso, ich verstehe. Warum macht der... Ihr habt die Handbewegung gesehen, ihr habt sie gesehen. Wieso macht der das nicht? Das war schon so oft im Spiel. Danke. Mein Gott. So. 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 Unbekannte Bioformen im Sektor registriert. Sicherheitsdienst wurde informiert. So mein Freund. Oh, ist das scheiße. Ist das scheiße. Bist du so schnell, du Kackvieh? Warum schießt der denn? Ich hab doch R1 gedrückt, man. Ich guck nur ein zu viel. Oh nein. Oh nein. Komm schon, lauf, lauf, lauf. Komm her. Komm her, komm her. Jetzt ist man einfach zu weit weg, oder? Jawohl, hat funktioniert. Nein, nein, nein! Schon wieder so ein Drecksvieh, ich glaub das alles nicht. Oh, nee! Ich bin einfach umzingelt, ne? Ich bin einfach. Wow. Da geht's. Oh, nee! Oh. huiuiuiui extrem spaßig extrem spaßig weil du kackfie warum ist das nicht tot wow das war das war spaßig doch das war durchaus extrem spaßig es geht einfach nicht was ich mal vorhaben so gut ihr habt das bravourös war oder nicht das könnt ihr wegen beurteilen das war auf jeden fall teilweise recht knapp so ist da unten was was auch die ans auch geht eigentlich noch sagen muss ich okay auch nee du blödes boah du blödes mistfähig glaube dass du alles nicht ich glaube das war es noch nicht ich glaube das war es noch nicht oh zu weit weg trifft er denn nicht alter oh 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 davon nur das reinste schlachtfeld hier nicht mehr und nicht weniger cool Supi Haben wir natürlich auch ein bisschen Munition jetzt Verloren Okay Ein weiterer Hangar mit einem Shop Ja Oh, ist es das, was ich denke? Ja, oder? Ich glaube schon, ja Gut, das werden wir dann beim nächsten Mal uns genauer anschauen Vielen Dank für euer Interesse Und bis zum nächsten Mal Tschüssi